Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dem weiteren Part von Moonlighter. Jawohl. Wir haben alles, glaube ich. Wir haben alles beisammen. Ich habe noch Platz für zwei Sachen zum Verkaufen. Was könnte ich denn jetzt noch auf die Schnelle verwenden? Ich tue schon der Zeit verblendern, ich weiß. Da hätten wir fünfe, nehme ich einmal. Modifizierten Samen lasse ich noch und von mir aus das noch. So, jetzt haben wir es. Dann machen wir den Laden auf. Hallöchen. Grüß euch. So, bitteschön, einmal ihre Zettel. Viel Spaß. So, und das fröhliche Verkaufsspiel geht weiter. Guten Tag. Guten Tag, die Dame. Ui, und der ist schon grantig. Kommt vom Tüdel rein und der ist schon grantig. Machen wir es mit 2.000. Warte. Machen wir es mit 2.500. So. Okay, da ist noch jemand beleidigt. 600 scheinen auch hier zu viel zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit 500. Da freut sich wer, das ist schön. Da ist sie wieder zu teuer. Schein, weil es nicht mehr die Nachfrage, die Nachfrage nicht so hoch ist. Deshalb höchstwahrscheinlich. Die Selkies, die ist schon leer, wenn du denkst, ne? Unglaublich. Wow. Da freut sich wer. Gerne, ledige her. Was gibt's denn? Drehbildsnotiz schon wieder. Drei Tage verbleibend. Äh, von mir aus. Die waren eh noch recht leicht zu farmen. Das ist immer noch zu teuer. Alter. 800 ist zu teuer, aber das ist mit 700. Und nebenan, würde ich sagen, gehe mal. 500 ist viel zu billig. Ich probiere es jetzt mit 2000 auch. So. Das wäre zornig. Wo bin ich? Da bin ich. So, hier. Danke. Da ist jemand extrem zornig. Wie es ausschaut. Mein Gott. Wie es ausschaut mit dem Preis hier. So. 2000 war zu billig, wie es ausschaut. Wie es ausschaut. Dann probieren wir es weiterhin mit 3000 Mal. Okay. Das ist zu viel. Ähm. Na, eigentlich nicht. 4000 wäre zu viel. Da ist ein Dieb übrigens. Du Gauner. Ich sehe dich. so, den Hammer. Danke fürs Warten. So. Warten, tun wir die weg. Machen wir es so. Und so. 3000 könnte passen. 2000 ist sehr billig. Nehmen wir 2,5. Dankeschön. Und das hier. Und das hier. So. So. Dankeschön. Dankeschön. Dachte ich schon, der hätte auch schwer oder was. Alter, schwerer kommt es gar nicht mehr nach. So. Ups, ich stecke fest. Dankeschön. Da, da. Aha, das ist immer noch zu teuer. Dann probieren wir es mal mit 2,4. Zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Immer noch zu teuer, Alter. Soll ich es euch schenken, oder was? So. Ja, da freut es sich, ja? Danke. Dankeschön. Alter, jeder ist da traurig, ey. Die wollen ich gar nichts mehr zahlen. Ja. Das war zu billig. Schön. Das freut mich. Das freut mich. Der ist zornig da oben. Da ist er ziemlich zornig. Hoppala. Ähm. So. Jetzt ist der gleiche Preis für unten. Danke. Ach, jetzt komm. Ah, da hätten wir noch Platz. So. Alter. Unfassbar. So. So. Ein Dieb. Ich seh dich, du Schuft. Jawohl. Und hab dich. Danke. So. Immer noch zu teuer. Alter. Unfassbar. So, viel hab ich jetzt nicht verkauft, weil das, was sie haben wollten, war zu teuer immer wieder. Scheiße. Blöd gelaufen. Aber eine Million haben wir schon? Okay, das dürfte dann doch nicht so wenig gewesen sein. Zwei Verbrecher haben wir geschnappt. Das waren... Wie viel? 20 Leute waren hier? 28 nach wie vor. 300, 15.600. Das ist viel. Das geht. Gut. Gut. Dann zum Wetter. Ähm. 400. Ist okay. Gehen wir ein bisschen drunter. So, dass wir auch den letzten Preis haben. So. Dann schmeißen wir den Rest wieder weg. Zack, zack. Zack, zack. Ich muss nur schauen. So. Und so. Dann wird einmal das hier. Wäre gut, wenn wir es ausräumen würden. Da muss ich hier reinschauen. So. Ach, das ist eigentlich keine Quest. So. So. Passt. Wir brauchen jetzt wieder von diesen Drehbilds auch was, ne? Wie viele Tage haben wir Zeit? Drei Tage. Das hätten wir. Das hätten wir. Können wir eigentlich sofort farmen gehen? Ich finde Drehbilds. Einen Rest haben wir schon. Gehen wir es besser sofort farmen, dann haben wir genug Zeit. Und können dann nachher wieder gemütlich in den Wüstendungeon gehen. Aber jetzt wäre andererseits, hätten wir hier schon den Wüstendungeon, ne? Ich bin voll unentschlossen. Ich bin voll unentschlossen. Gehen wir rein da. Was wir haben, haben wir fertig. So. Mittlerweile sind 24.000 auch nur mehr Peanuts für uns. Nicht mehr. Da, 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 da. Zack. So. Da sehen wir schon mal. Da haben wir schön erstes, erstes Schwaben. Sehr fein. Da haben wir wieder einen Nährboden. Stell dir mal vor, wie da ist der Nährboden drauf, der Schweine. Ungleich. Unglaublich ist das. Hat da was geglänzt? Äh, ich will da runter. Nein. So. Ein Brünnelchen. Blutsch. Da ist noch nicht vaga, sehr gut. Super. So. Zack. Das war ein Schus in der Nose. In den Todstürz, den hätte ich jetzt nicht mehr brav. So, okay, da geht es dann weiter. Viel später. Jetzt müssen wir uns zuerst noch hier fertig umschauen. Wollen wir vielleicht noch hier, wo sie die Schwammer da finden. Ui. Aha, sehr gut. Sehr, sehr gut. Zack. Jawohl, zwei sogar. Das ist einfach cool. Verdammt. So. Das ist richtig cool. Halt. Das war ein Schuss in den Ofen. Super. Dann machen wir mal das gute Stück auf. So. Sehr, sehr gut. Und tschüss. Haben wir schon vier von denen. So schnell kann es gehen. Hä? Der hat überlebt. Echt super. Das geht aber nicht. So. Dann haben wir da unten noch was. Upsala. So. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. Ui. Ui. Sehr gut. Wank. So. Guck mal an. Nein. Ach, geh gucken, wie wir das haben. Ach. So. Muss ich wieder los. Das haben wir doch ein schönes. Ja. Noch mehr Ranken und Dünger. Zack. Ist da unten was für uns? Jawohl. Ein Buch. Das passt auch. Wieder mal, wo es der Pilz geopfert werden. Schau mal, da kommt er nimmer. Das ist echt merkwürdig. Das finde ich schon echt merkwürdig. Naja. Mir soll es recht sein. Okay. Das hätten wir mal. Dann können wir jetzt die Ebene wechseln. Wobei, hier gab es jetzt vier von denen, ne? Wäre gut, noch einmal hier zu machen. Na, wechseln wir die Ebene. Weil mir fällt ja gerade ein, wenn wir hier rauskommen, sind wir ja automatisch. Äh, ist wieder Tag und wir müssen den nächsten Handel abschließen. Also machen. Ne? Also verkaufen. Den nächsten Auftrag erfüllen. So. So. Da ist es vielleicht schlauern. Wir werden uns noch hier ein bisschen umschauen. Und dann später, also nächsten Tag, am nächsten Abend, sozusagen, den Waldtalschen abermals betreten. So. 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 Meine Taschen sind voll. Wie ein Christbaum. Alter. Nervt nicht, du Viech. So. Ähm. Das werden wir auch opfern. So. So. Entranken nehme ich zu mir. Dann hält das andere. So. Dann hat wieder was Platz. So. Zerstört den Fluch-Effekt. Okay. Machen wir. So. Jo. Das hilft mir jetzt nicht so viel. Hm. Theoretisch könnte ich dies kaputt machen. So. So. Und den Rest machen wir Geld draus. Ganz einfach und unkompliziert. So. So. Gut. Dann ist nix. Zack. 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 So. Ähm. Und das war auch. Ah. Die können wir kaputt machen. Okay. Da werden wir das Laupen machen. Ich brauche das Zeug zum Tränken machen. Das ist besser. Okay. Ich brauche das da oben verzichte ich. Oh. Hoppana hoppache. So. Okay. Irgendwie ist da kein Schwammerl. Das ist jetzt aber sehr tragisch. Weil das ist ein bisschen doof. Viech, du nervst. Unfassbar. So. Zerstört bei Röhrchen diesen Gegenstand. Das ist gar weniger. So. Hmhm. Tja. Das ist scheiße. Den lasse ich. Den mache ich kaputt. So ist besser. Was können wir entbehren? Ich würde sagen, das hier. Das hier. Und nehmen wir das mit. So. Und nächster Raum. Ja, entschwammert. Endlich mal wieder. Na. Drang, drang, drang. Ach, scheiße. So. Mal was trinken, bevor ich verrecke auch noch. Das darf mir noch fehlen. So. So. Halt. Das ist jetzt nur die Frage. Ich lasse das mal. Ich kann es eh nicht mitnehmen. Ich will noch die Viecher für gut hauen. Und hoffen, dass ich noch ein Schwammel anfinde. So. Das wäre doch ganz super. So. Nichts. 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 Herr Ernst. Nichts. Einfach so nichts. Das ist echt hart. Und jetzt haben wir so was noch. Schnell heilen ein bisschen. Das ist auch kein Pilz. Das ist halt echt so gut. Da mein. Jetzt sind hier wenigstens zwei auf der Ebene. Das ist ein bisschen mühselig. Na jo. Dann werden wir hier. Reset machen. Oder warte. Hier drüben. Dass wir auch keine Monster verpassen. Und gehen halt raus. Ja bitte. Dann machen wir noch einmal den Handel. Und dann lassen wir es gut sein. So. So. Das Buch wäre nicht schlecht glaube ich. Halt wo ich jetzt das Notizzettling geschlossen habe. Die kann ich mitnehmen. Okay. So. Drehbilds haben wir sechs. Patrouillengolem. Das brauchen wir jetzt. So. Das kommt weg. So. Da muss ich husten. Entschuldigung. Das kann ich mitnehmen. Das und das. Ja. Was noch? Ich würde sagen. Das hier. Dünger kann man auch einmal mitnehmen. Den Trank lasse ich mal. Weil da haben wir schon zu viel verkauft. Die Dreier nehme ich mit. Die Dreier nehme ich mit. Für mich selber. Das ist das. Ja. Wir haben hier zuviel Graffel, viel zu viel Graffel, hm, 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 ja, ich glaube die Knollene, können wir auch eins verkaufen, Sämlinge von mir aus auch ein Mal, hm, 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 hm hm? Und der Rest ist eigentlich nix passendes, geht auch noch von mir aus, ja. Brauchen wir da oben noch was, nein, und hier noch was, aber hier tatsächlich, nein, nix brauchbares, das ist nur die Quest-Sache, okay, es geht sich aus noch schnell mit dem Hantel, also, noch einmal schnell kontrollieren, ob ich auch richtig bin, ja, ja, passt, na dann, gehen wir es an, Servus, bitteschön. Ein Dieb ist eh klar, die ist im Diebe, es ist unglaublich. Na, du Kauner. Hab ich. Du Schuft. Oh, das Buch möchte ich gerne woanders hin tun. So. 17.000, ich bin einmal ja für 18.000, 4.000 können wir lassen. Dankeschön. Ernsthaft, das ist immer noch zu teuer? Das ist einfach ungeheuerlich. Immer noch zu teuer. Ja, ja. Glaube ich. So. Okay, eine Anfrage, was will sie denn? Modifizierter Samen, das können wir machen. Dann haben wir eh immer auf Lager, das passt. Oh, noch wer? Flüssigkeitskondensator. Na, hat sie verdrückt, aber hätte man machen können, ja, wäre kein Problem gewesen. Hätte man machen können, war meine Schuld. Ich hab wieder unabsichtlich den A-Knopf gedrückt. Okay. Ich glaub, die Heiltränke, die tun wir jetzt mal aus dem Sortiment, glaub ich. Das können wir gleich vergessen. Und hier, ich glaub, das lassen wir so. So. Da könnte man eigentlich den reinschmeißen. Sehr gut. Danke. Danke. So. Der ist auch nur ein Hunderter Wert, wenn man bedenkt, ne? So, dass wir den letzten Kreis auch haben. Ja. Dann. So. Ja. So. Boah. Hab dich. Boah, das war knapp. Du Gauner. Was das sowas gibt, echt unglaublich. Frechheit. Noch ein Dieb. Der eine geht, der andere kommt, das glaub ich. Jetzt ist ihm der Stoff zu teuer. Ich glaub, ich spiel. Okay. Das war günstig. Super. Das Glas. Und hat dich. So. Und hier. So. Danke. Dann vielleicht sowas. So. Na dann. Kauft's ein. Geh mal vollgas. Immer noch zu teuer? Alter. So. Jetzt machen die sich aber schon lächerlich, oder? Jawohl. So. Und glaub ich. So. Und dann endlich. Jetzt kommen sie. Gott sei Dank. Danke schön. Danke schön. So. Und so. Und so. Natürlich die Knohle etwas teurer machen. So. Und hier. Das ist zu teuer, okay. Super, jetzt gehen sie wieder. Jawohl. Und dann noch das Buch gleich rein damit. 5.000, okay. Und dann 6.000. Na bitte, ein bisschen was geht ja noch, super. Dankeschön. Danke. Danke, bis zum nächsten Mal. Servus. Den Rest habe ich wieder oben rein. So. Ja, fast 300.000. Ja, okay. Fast 270.000, so muss ich sagen. Na passt, perfekt. Können wir stehen lassen. Würde ich sagen, dann beenden wir den Bad hier. Na? Und im nächsten. Wären wir dann wieder im Waldtempel weitermachen müssen, weil wir noch Notizen brauchen. Na gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.